Ja, vielleicht sehen wir ja doch noch eine dritte Map. Also eine reguläre dritte Map. Dabei hätte ich eigentlich gedacht, dass die Mädels auf Nuke den größeren Vorteil haben. Hätte ich eigentlich auch gedacht. Im Spiel her. Ich dachte, die SOS hat die Raine einfach überall durch und versuchen zu bangen, aber... Jaja, irgendwie süß. Boah, schöne Taktik von den Mädels. Schächtige Smoked, Bombe ist unten. Jetzt aber... Die können aber echt definitiv wieder spielen. Schade, haben wir die Bombe gelegt. Mal sehen, wenn sie die raffen. Felix checkt jetzt unten schon. Ja, haben sie schon gerafft. Schade, aber wenn wir die Bombe gelegt, können jetzt somit kaufen und da schalte ich mal zu den Mädels. Mal sehen, was sie sich direkt jetzt überlegen. Jetzt haben wir ein verdammt Geld. Wir sind mal immer wieder. Wir sind mal wieder. Aber sie... Ja, wir gehen jetzt weiter. Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Mal sehen, aus der Garde. Okay, Niki, kannst du her backen? Ja. Angel, take the ramp. Ja, sich so sie nicht pushen uns. Das ist die einzige. Kathi, hold die Garde. Ich gehe auf und habe ihn. Niki you're supposed to go outside with lead. Outside? That is not outside. You pushed, yellow! Great. The leg is low outside. Niki, they made us... Can we HE the yellow? Yeah. Go for it. The leg is low as well. Okay, can we try to get a frag in ramp? On the box on ramp. Holding yellow. Nice. I'm flushing, Niki. Yeah, there was one more I think. It's okay. Two inside! Go down. Aim the vent, Niki! Yeah. Go. Yeah. But somebody needs to hold back. Sorry. Yeah, okay, I'll go down, okay? The corner. Yeah, do it. Take the vents. And the box. I'm... Vent. Dead. Oh my god. So good. Good, habloon. Good. Good. But they lost four weapons. So if we take that round now... Good. Just by them. By AKs. Can I check fast? Do you have an aid for the first three people? No. I have flashes. Nobody? No, no. No, no. Yeah, then we don't go inside. Just aim the mighty. Ja, ich kann pick one. Play defensive, please. Just hold good positions. Meliko outside with Niki. Try to fight from outside, please. Niki, do it. Talk in the lobby, what you're holding. Ja, pick ramp. One dead outside. I push the ramp. Nice. I have the ramp. Yeah. I'm to you. One is on yellow. Do you have HE? No, no nades. I have two flashes. Can I flash you out in the ramp? Yeah. Niki, go with her, please. Don't rush, just please. I'm ready to flash you. Yeah, I'm ready. I'm putting two. First, second. Nice. Go down. Go down fast. Go down fast. It's open, one down. One down. Box. Nice, nice. Good job. Can we drop? Can someone drop maybe? I dropped. I dropped. I picked mine up. I picked mine up. I picked mine up. Can I drop you? Do you see how easy it is to go out of the ramp? This is, go please into the lobby. Nikki and Mel go outside. And then I flash you in the ramp. Is that okay? Yeah. Because we're getting out in the ramp, so we should keep doing this. One drop. On the left. One, eight. Go B, go B from the yard. Go ramp. Try to go the ramp. I'm landing yellow. We're up in the ramp. Focus on aiming, focus on aiming. You got it. He's down, down the ramp. Let's go on the cat, on the cat. I'm white. I need help, eight. To the right. Down ramp. I'm going inside, we're inside. I'm planting to cat. Try to, the cat walk. Planting to cat. Coming up. People are down. Ew. I'm just hiding under the cat. Okay, and holding yellow. Yeah, okay. You're holding, but now. Nikki, take the main. Then it's good. Ah, main and vent. One main, one main. One main. Nice. Yellow, yellow, yellow. T spawned. Yeah, T spawned. Can someone die? See, we're getting actually out of the ramp. Okay, they had E-Clone, okay. Can someone drop? Can we go fast inside? I got one, I dropped one. It stopped. Fast inside. It's okay if you... Fast inside. They don't have good spawn. The last time we did this, we got in. So, please. Hold the back, Angel. Yeah, I will. One main. Don't stand. I'm out. One dead. Take the main. I have main. I have main. I have main. More cats. W3. Main. I have main. Nice. I have to reload. Vayne is not hold for me. I'm done with Vents. Okay. You have the lobby, right? Yeah, I'm done with Vents. Yes, I got it. I'm hunting. Maybe he has a weapon. Yup. I'm hunting. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, he was outside. I was also outside. I was also outside. So, let's go again with the guys. Mel, keep going outside with Nikki. And then if... Let Mel be the one that starts. Okay. I'm holding off the ramp. Okay, I have a ramp. Okay, I have a ramp. I don't know if I can actually run. Okay, I have a ramp. I don't know if I can actually run. I can actually run. I have a ramp. Okay, I have a ramp. Okay. Okay. Ich bin aus dem Blink. Ich bin aus dem Blink. Ich bin im Loch gerade. Wo ist Rampe? Ich geh mal aus dem Kerl, okay? Ich kann eine Rampe irgendwie nicht sehen. Du bist alleine, die Rampe. Ja, ich kann aber nicht tragen Rampe. Ja, warte, ich komm wieder, okay. Schießt Pommes drin, die pusht mich. Pommes raus, Tür raus. Pommes raus, Tür raus, drei Pommes raus. Höhen Chris. Außen oder Tür oder so? Vorraum. Ich hab gerade zwei Arme. Rampe 2, 1 hat Anschluss. 1 hat 15, hat mir so. Ach, die sind schon durch. Geht er weg, Mario, geht er weg. Also gehen Rampe, oder die Kette hochgehend Chris. Oder Vorraum zurück. Ne, unterritt habe ich. Ist man hier die Bombe töten? Ja. 15. Bisschen oben kommen und können die gar nichts machen. Oh, die schießen durch den Schechter auf. Die sind Schacht drin. Glaub ich. Nein, 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 sie sind unten. Hä? Warum seh ich das nicht? Aber ich seh es auch nicht. Einer kann Schacht drin sein. Fenster ist keine. Eine könnte Dark sein. Down. Dark könnte die sein, theoretisch. Zauber. Zauber. Jawoll, ey. Wo? Reicht das? Ja, okay. Ja, lang. 10 Mal, ey. Traurig. Die Fuse geht kaum, ne? Aufs. Kann keiner legen? Ja, oder? Ja, ich leg einmal. Ja. Einer. Ey, ich wusste nicht, dass sie sie bei links legen können. Ich wusste auch nicht. Aber das hat aber einigen Sinn, weil wenn die nicht an der Kiste legen konnten. Wir können ja gleich auf der Hand legen. Ja, ne, wenn die nicht an der Kiste legen konnten, müssen die weiter nach links irgendwie. Weißt du schon mal? Genau, weil nach rechts, Kerlin. Ruhe. Flasche einmal. Main geflasht. Halle raus. Halle raus. Noch einer. Ey, ich bin Halle allein. Nein, ich war da. Zwei Halle. Wir sind nicht drin. Wir sind nicht drin. Komm unten, Schacht. Zähne Schacht, zähne Schacht. Ich bin im Schacht unten drin. Ich flashspot Felix. Ey, woher denn, ey? Keine Ahnung, kaum ist der Ausgang. Dach! Ey, wo denn? Keine Ahnung, habt ihr auch nicht gesehen. Ey, ich komm jetzt mit, Halle. Ja, die haben nur nicht in eine Halle gebrochen. Der, der gerade oben war, der geht einfach weg von der Halle, wenn die rushen. Ich war da. Chill, chill, chill. Und die haben gesmoked. Named ja eigentlich, der blind ist. Ich käme. So, wir waren weiter da. Haben die gerade ernsthaft Doppel-AVP gespielt als City? Ich weiß nicht. Ich habe eine gesehen, ja. Ich glaube, die haben zwei. Sieht man das in Source ab und zu mal, oder was? Ähm, man könnte außen und, und, äh, Grampe halt mit A bedecken. Aber die zwei Arme könnte ein bisschen fail eigentlich. Ja. Ist auch genau so. Also Rampe ist nicht so, äh, also man spielt nicht so oft Rampe mit A. Ich glaube, in Source kann man auch nicht so weit reinziehen, oder? Ist doch nicht noch so... Nee. Auch nicht. Ich kann halt nur sehen, wenn sie vom Radio rüberspringen. Ja. Das sehen wir ja sogar noch Overtime. 3, 10. Jetzt steht's. 3, 11. 3, 10, 10. 3, 11. So, und ich schatt mal wieder bei den Jungs rein. In der nächsten Equip-Brown, oder? Haben sie… Ja. Haben gekauft. Ich geh zu den Jungs 3 Runden, 3 Runden, auf gehts Der erste muss immer Pommes slashen und der erste Tür flashen Ich würde eher naden, weil die Pommes flashen eigentlich gar nicht Auf Spock droppen, ne? Die neben, meh Ab der Tür, tut er Alter, es war ein Schlittenhund Dann hat er halt Mann, das gibt's doch nicht Keines Fahrer Ja, was willst du denn machen, Alter? Die rushen einfach Tür raus, Mann Fahrer, Mann Was ist jetzt los da, alle? Kann man doch irgendwie, kann da nicht so ein Main-Tür gucken einfach? Nein, mein lieber Smok Die machen wie wir, die flashen die Tür auf und legen da alles rein und flashen und was will ich da machen? Wir müssen doch irgendwie irgendwas dagegen machen können, Alter Die können doch nicht in seine Halle rein, Alter Das macht normalerweise der, der das erste Kett hochgeht dann Mitte runter droppt und dann sofort Tür guckt Ja, ich war, ich hab direkt hier geguckt, aber die haben die sich geflasht Dann war ich bloß angefrischt Die Ipsa gehen auf, Mann Krack, Alter Auf geht Hör auf zu fliegen Rampel, schnell, Rampel Gehen die runter? Alter, ist halt krass nicht Keine Ahnung Die sind von hinten schon runter Die Rampel, die Rampel runter, runter, die gehen runter Ja, ich treffe die Leute Ja, ich treffe die Leute Ja, ich treffe die Leute Der am Tür weg ist, Mau Ach, jetzt kommt sie, schön Bot noch Ey Das tut mir so lächerlich Keiner ist auch zig drin Stimmt Noch zwei Ich hab noch eine Flash in der AE für dich, glaub bist du? Keine Ahnung, ich bin hier das Fenster drin Müsste irgendwo Spot sein, glaub ich Müsste irgendwo Spot sein, glaub ich Dark könnte sie sein, nein Check mal drauf Yxelon und Dark Dark, letzte Oder auch nicht Woffel So, komm Anstrengend Wir machen jetzt wieder wahrscheinlich den Halle-Schall Halle Alle Halle, ja Einer kann doch Ich geh nicht hoch Ich geh nicht hoch Abfahrt Oleg, geh als erster Pommes rein Äh, Dinger Menü, Alter Deck Tür direkt, okay? Ja Näh, die doch einfach mal Mann, soll ich Cat runter oder was? Cat runter Ja, Cat runter direkt Du musst direkt zur Pommes-Riste laufen, dann wirst du gespielt, weil die Flächen DC Ja, ja, ja Ich komm wieder mit mir hin Und ich halt Anti-Flash für Tür oder so Tür wieder Ich hol doch gegen die Fläche Pommes DC 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 Sauber Letzter Vorraum Kommen wir da unten Tür Is low Schön, ey Lässt ich mal low Am Radio off Tür Tür drin Kapitän Kapitän Kommen Kommen Einfach einmal Türflächen Einen NW bitte nicht kaufen Direkt Einen NW Ich hab auch NW Bei NW Einmal legen Passt doch Du hast Tür gemacht, ja, ne? Manu Ich hab gerade Tür gemacht, ja Du musst einfach einmal Türflächen Zweimal dann können die gar nicht Der Erste der Runde geht mit Tür machen, ne? Ja, der muss einfach Runde droppen auf die Kiste und dann sofort Tür Kevin macht Tür, ich mach Pommes Kevin nimmt die Scheiß Äh, Knife in die Hand, rennst du schneller als mit Granate Echt? Ja Ja Außen Außen geht es Eps Rampe hat 8 Ich bin main Außen hat ein paar Hits Ull 2 außen Rampe geht Ne, Rampe geht gar nichts Keiner durchreicht Keiner deckt Rampe grad Top 1 Ich fäng mich außen Ich fäng mich außen Also wir stehen hier komplett im Lüge Ich geh Schacht Ich geh dann hinten hoch Top 1 auf T wie gesagt Ich bin Köln Ich geh hinten hoch Jungs Außen mein ich, ne? Die können halt unter Kett und so schon gehen Ich bin dunkles einer noch Ich mach unter Kett Zwei Torraum Bombe auch, Bombe ist ein paar Türen Rümmchen Einer Radführer und einer Tür Die haben nur noch 30 Sekunden Jungs Man hat Glück, ich komme auch schon Na gut Außen geht main Ne geht unter Kett, geht unter Kett Das ist bitter Guck mal Kett einfach Da mach ich Acht Sekunden, wir müssen unten gehen Er savet einfach Er savet einfach Pass auf, dass du stirbst, wenn du Pommes droppst, ne? Ehrlich? Ja, du musst so schräg gedrucken Genau Man, das gibt's doch nicht, ja Alter, ich häng! Ich habe Echo gleich, glaub ich Ja, mal legen Ja, aber Wir Eko nix, Eko, wir kaufen Wie wurden hatten wir denn als Terror? Sechs Sechs? Neun hatten wir, neun Ah, neun, also Machen wir jetzt noch die drei Machen wir mal dasselbe Wir brauchen eine zum Brawl, ey Ja, wir holen jetzt halt Also wir kaufen jetzt, wir machen keine Eko, ey Ja, ich habe einen W Flick eine, eine war Flick Ich will die Ich will die Ja gut, dann Spiel ich die, pass Ich hab keinen Schuss Ich dropp wieder direkt runter Komm mal einer mit Rampe jetzt bitte Ja, ich komm mit Rampe Einer ist gedroppt von dem Ich mach zu dritt, der Halle Nein, ich war Sind nur zu viert, Jungs, sind nur viert Mal komm einer mit Rampe bitte Ja, ich komm Ja, okay, gut Kellen mach Halle Schau doch mal Ich geh da vor Raum und Ich häng da rein, du kannst da eigentlich vorbeispringen Einfach nicht dumm abaim lassen, mit dem Überzahl, Jungs Nein, die ist wieder da Ja, wieder der Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das sind alle, wir zwei Vorraum mit Bombe. Einer Main, glaub ich. Ich bin unten. Main können wir nicht rein. 40 Sekunden, Jungs. Gießen irgendwo Rampe durch. Können auch unter Cat kommen, ne? Achtung. Du, Cat. 20. Außen ganz sauber. Alle. Können Felix. Können Felix. Haube! Alle, 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 alle. Ich dachte, wir will gucken. Sorry. Kann nix machen. Die Tür ist drin. Tür aus. Null. Kett, oh, down. Links über der Pommes. Ja, Felix hat doch gesagt, er hat Ketten. Deswegen hab ich da nicht hingeguckt. Ja, ging nicht. Die haben gefrischt. Da muss die Pommes rein. Wir decken die uns noch, Alter. Gibt's gar nicht. Draw oder Overtime. Alles was geht. Wie der Absage, äh, Abwachen, Fail. Ich stopp. Ich stopp wieder runter. War kein Fail. Die haben grad im Moment alles gesagt, er hat zusammengeflasht und da muss die Pommes rein. Ja, aber das hat er nicht gesagt. Overtime, oder? Für die Mädels. Auf, dass die Falle war schon wieder. War meine Rumble, was? Außenflash einer. Geh mal mit, Kevin. Kevin, komm. Oder wer auch immer. Ne, noch nicht. Sind noch nicht da, sind noch nicht da. Okay, reden. Oh, man kann ja boosten. Komm her, Menel. Außen, bang einfach außen. Wo denn? Wolltest du nicht boosten? Ja, hier. Warte, der ist ja Rampe drin, Rampe drin schon. Geh nach oben. Da kommt raus, da kommt raus. Blind. Ich bin da in der Main drin. Rampe 3. Ey, warum bin ich? Ich bin nur noch Kett, ne? Das war's. GG. Rampe durch. Aus, no. Jo, die decken noch ab, Rampe. Kann ich jetzt essen gehen? Ich denke mal. Wartet noch, GG schon. GG. So, aus die Maus. Jo. Krass. Äh, doch das erwartete 2-0. Allerdings viel, viel, viel knapper als ich gedacht hätte. Weil die Mädels dann halt doch ein Ticken besser als CT. Äh, als T, sorry. So, ähm. Wir haben ja anständig gut gegengenhalten, aber... Ja. War auf jeden Fall ganz interessant. Äh, ich frage jetzt mal ganz kurz nach, ob die noch die dritte Map spielen, aber da jetzt alle runter sind, gehe ich mal nicht davon aus. Also, ich werde spielen, aber. So. Kurz nachgefragt. Werde ich gleich mit dem... aktuellen Status, äh... informieren. Ne, Tuscan wird nicht mehr gespielt. Somit war's das heute. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Auch wenn sie... Also, für mich war's sau kurzfristig. Deswegen war vielleicht nicht alles so, äh, wie ich es hätte, äh, gerne gewollt hätte. Allerdings haben wir doch ziemlich viele Leute eingeschalten. Freut mich auf jeden Fall. Ähm. Ja, wie gesagt, äh, facebook.com slash bomomtv. Da könnt ihr mich liken und in Zukunft, äh, ähm, dort meine Announcements erlesen zu meinen kommenden Shows und Sendungen. Und wie gesagt, äh, wenn ihr meinen Stream schaut, Adblock bitte ausmachen, damit ihr mich unterstützt. Ich hau jetzt noch ein paar Minuten Musik rein und dann bin ich auch offline. Äh, nochmal großes Dankeschön auch an Alternate, äh, dass sie mich gefragt haben. Äh, hier das Showmatch heute zu streamen. Und dass ich auch mit dem Voice sein durfte und auf dem Server. Ja. Haut rein, Jungs, habt noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao.